Die Firma Langendorf, die gibt es seit circa 130 Jahren und die Kipper Palette, die wir euch heute vorstellen, im Einzelnen Aluminium im Baustellenbereich, Stahl im Baustellenbereich und im Asphaltbereich, beziehungsweise Agrarmulden und Schrottmulden. Langendorf Sattelkipper sind bekannt für ihre hohe Qualität und dem optimalen Kompromiss zwischen Stabilität, Langlebigkeit und Leergewicht. Wir bieten ihnen individuelle Lösungen für ihre speziellen Transportaufgaben. Unsere Fahrzeuge genießen einen besonders guten Ruf und das zu Recht. Die besonderen Stärken liegen dabei in der langen Lebensdauer, der Wertbeständigkeit und der praktischen Handhabung. In unserem Kipper-Programm sind folgende Nutzungsmöglichkeiten. Einmal im Baustellenbereich, im Asphaltbereich, Agrarbereich und Schrottbereich. Und bei den Baustoffmulden haben wir natürlich ganz viele Möglichkeiten. Einmal als Alumulde, als Stahlmulde, als Kastenmulde, als Halbschalenmulde, isoliert, nicht isoliert, mit Schiebeverdeck und vieles mehr. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.